Ja ihr liebe Leute, heute mal hinter der Kamera und schaut davor, der Andreas, der Pfälzer Wandersmann und ich, wir machen jetzt eine Abschiedstour. Ja, wir haben uns hier unter der Guttenburg, haben wir uns jetzt hier diese Bänke rausgesucht, oder diesen Tisch rausgesucht. Der Andreas hat sich hier Salami mitgenommen, schöne selbstgemachte Salami, nicht von ihm, von einem guten Freund. Ich habe natürlich gleich die Feststellung getroffen, dass diese Wursthaut, die stellen wir her in unsere Firma. Ja, hier natürlich ein alkoholfreies Bier, wohlgemerkt. Das Wasser für den Tee habe ich schon gekocht, der Tee zieht durch und ich selbst habe gestern so Geschnetzeltes mit Nudeln gemacht. Ich wollte eigentlich so Dose mitnehmen, wollte Nudeln mitnehmen, aber gestern beim Einkaufen habe ich alles wieder über den Haufen geworfen, habe mich umentschieden. Ja, das war es mal von mir. Ja, wir werden, bis wir daheim sind, wahrscheinlich noch ein paar Kilometerchen drauf machen. Aber dafür haben wir heute einen schönen Tag. Wir müssen ja die Zeit noch genießen. Nächste Woche geht das Arbeitsleben wieder weiter. Stimmt doch, oder? Genau, die schönste Zeit ist immer die Zeit, ein Jahresende. Man lässt alles noch einmal Revue passieren. Richtig. Man denkt noch einmal über die positiven Dinge, auch die negativen Dinge noch. Und versucht, im nächsten Jahr alles besser zu machen. Die guten Vorsätze, manchmal reicht man so, manchmal auch nicht. Aber man geht halt einfach drauf, ne? Ja. Und jetzt würde ich sagen, beenden wir hier einmal das Video. Ja, wir grüßen natürlich noch den Christian. Den muss ich auch noch grüßen. Ja, ich bin seine Nummer 100. Er weiß Bescheid. Also dann von mir aus nochmal einen angenehmen Tag und euch einen schönen Jahreswechsel.